Frühlingserwachen, der neue Morgen kommt, die Venus als Morgenstern weckt dich auf. Was möchte er blühen, was möchte er wachen im Lebensverlauf? Atme in dein Herz, spüre die Venus als wunderschöne Blüte in deinem Herzen. Als Rose, Lotus oder eine Blüte, mit der du zutiefst verbunden bist. Nimm ihre Farbe, ihren Duft, ihre Form, die sanften Blütenblätter wahr. Wie sieht deine Blume im Herzen aus? Atme in dein Herz ein und verstärke das Licht in dir.